Ihr lernt hier bei uns eine große Vielseitigkeit, was Lichtsetzen und Fotografieren generell angeht. Und damit habt ihr eine gute Basis, um später weiter selber Jobs machen zu können. In der Ausbildung lernst du, wie du die Technik einsetzt, wie du Bild gestaltest, wie du Bilder bearbeitest in Lightroom, Capture One. Wir haben viele Reportagen, sag ich mal, von Veranstaltungen, die hier stattfinden. Ansonsten haben wir aber auch, dass wir viele Großforschungsanlagen fotografieren müssen. Man hat Aufträge, die man übernimmt. Dafür muss man sein Equipment richten, überlegen, was man mitnehmen will an Kamera, Licht, Objektiven. Lichtsetzen, schönen Bildausschnitt wählen, gutes Foto machen und die Postproduktion, die dazugehört. Ich finde einfach die Atmosphäre hier total angenehm. Wir verstehen uns alle untereinander und man kann sich auch so aufeinander verlassen. Wenn ihr jetzt eine Ausbildung zum Fotografen am KIT machen wollt, kommt zu uns, habt Spaß mit uns, lernst von dir etwas und dann geht's los. Und dann anschauen wir uns! Wenn ihr wieder auf admin Fantasy ponnt. Ciao! Super! 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 Vielen Dank.